Und da kann man hier eine Erfolgsmeldung offensichtlich, nachdem es jetzt schon aus ist, eine Überraschung ist passiert, und zwar die Top-Gesetzten, Helge Mück und Peter Janicek, wurden so eben rausgeschmissen von Andi Olrum und Fritz Huber, ein neues Gespann. Die Jollis haben gewonnen, die Bunterin, die Buntsstifte, Neon gehöpft. Mini hat gewonnen. Wie schaut es jetzt weiter aus? Das war das zweites Finale. Sensationell. Sensationell. 6-4, 6-3 gegen Mück Janicek. Das ist stark. Starke Leistung. Da gibt es keine Staatsleger-Spieler. Staatsleger, 55 bei Neufeld, wurden besiegt. Wo dazu sind wir ja die Jahrgangsgesellen, ja? Ja, ja. Und noch dazu, brisant gegen Neufeld ist immer, da ist immer brisant. Staatsleger-Partie bitte, eine Staatsleger-Partie. Die Neufeld, die Neufeld sind immer ein brisanter Gegner für die Loretto-Spieler. Deswegen zählt der Sieg da umso mehr, gell, Fritz? Ja, die habe ich es vorhin nicht gekannt, ich weiß nicht, wie stark er spielt. Ja, ja, war doch das. Das war's. Aber besser gespielt als gestern, gell? Ja, magst du ein Werbe? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Natürlich, Material, Andi Olrum und alles passt heute. Passt, super. Gehen wir. Let's go, sonst spritzen Sie es noch ein.